Na, wen willst du grüßen? Ich grüße Freunde mit A an, die Anna, B wie Beate, C wie, keine Ahnung, D wie, keine Ahnung, aber die sind so wie, Denise, E wie, oh Gott, da macht das echt keine Ahnung, weil mir das tausend ein. Und wen willst du grüßen? Ich grüße Björn, Lukas. Alphabetisch, weißt du. Thorsten, meine Mutter, Klaus, meine Schwester, meine Großeltern und wen noch? Ach, alle, die mich kennen. Ich weiß noch, wen zu B, die Biene, meine Schwester und M wie Mama, meine Mutter. Und da werden wir hier nicht drauf bekommen. Deine Mutter, genau. Deine Mutter, das war's. Das war's. Und hier ist es, bam, 30 Grad. Ach stimmt, 30 Grad in New York, genau. Meist das Kleinkchen. Haben gerade schon fetten Cheeseburger gefressen. Und von hier bin ich, die waren so groß wie meine Handfläche. Mach was das. Ach, Ali meckert immer schon die ganze Zeit. Damit ist das mein Part. Und die meckert immer. Aber hier, es gibt voll die Kohlen-Lockdorf-Tacker-Dose. Wo muss Anna kriegen? Wo ist es denn? Anna, Anna, guck mal. Die sehen viel toller aus als bei uns. Nehme ich auch mit nach Hause. Leer allerdings. Bis jetzt wird schon Müll mit nach Hause geschlüpft. Und hier habe ich mir jetzt eine Deckel gestapelt, die leeren Dosen. Wow, tolle Lampe. Tolle Frau. Du zeigst mir mal so schönes Bad. Genau. Das Kleine. Mit deiner waschenden Hose. Jo, die hat ja liegen gewaschen. Ja, weil du keine Zeit umlegen kannst. Weil ich Druckerschwärze auf dem Flughafen drauf verteilt habe. So sieht's aus. Aber das Zimmer ist... Oh, nein. Ja, fünf Quadratmeter höchstens, ne? Ja, aber unser Schrank. Ist der Hit. Bögeleisen, Bübrett und eine komische Jacke. Meine Jacke ist doch keine komische. Das war's dann auch schon. Kein Kühlschrank, kein Safe. So, Spaß.